Der Ring der Kraft, die Flügel der Wahrnehmung Don Juan und ich verbrachten den ganzen Tag in den Bergen. Wir waren in der Dämmerung aufgebrochen, er führte mich zu vier Orten der Kraft, und an jedem Einzelnen gab er mir spezifische Instruktionen, wie ich der Erfüllung einer besonderen Aufgabe näher kommen könne, die er mir für Jahre als eine das ganze Leben wehrende Situation dargestellt hatte. Am Spätnachmittag kehrten wir zurück. Nach dem Essen verließ Don Juan Don Gennaros Haus. Er meinte, ich solle auf Pablito warten, der Petroleum für die Lampe bringen wollte und mich mit ihm unterhalten. Ich war ganz vertieft in die Ausarbeitung meiner Notizen und hörte Pablito erst, als er neben mir stand. Pablito erklärte, er habe den Gang der Kraft angewandt und deshalb hätte ich ihn unmöglich hören können, solange ich nicht sehen könne. Ich hatte Pablito immer sehr gern gehabt. Bisher hatte ich aber wenig Gelegenheit gehabt, mit ihm allein zu sein, wenngleich wir gute Freunde waren. Pablito hatte mich immer als ein liebenswürdiger Mensch für sich eingenommen. Er hieß natürlich Pablo, aber die kose Form Pablito passte besser zu ihm. Er war zartgliedrig, aber drahtig. Wie Don Gennaro war er schlank, aber überraschend muskulös und stark. Er war vielleicht Ende 20, aber er wirkte wie 18. Er war von dunkler Hautfarbe und mittlerer Statur. Seine Augen blickten klar und strahlend. Und wie Don Gennaro hatte er stets ein gewinnendes Lächeln mit einem Anflug von boshaftem Witz. Ich fragte ihn nach seinem Freund Nestor, Don Gennaros anderem Lehrling. In der letzten Zeit hatte ich sie immer beisammen gesehen und sie hatten auf mich stets den Eindruck gemacht, als hätten sie ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander. Doch in ihrem Äußeren, wie in ihrem Charakter, waren sie Gegensätze. Während Pablito leutselig und offen war, war Nestor verschlossen und in sich gekehrt. Auch war er größer, schwerfälliger, dunkler und wesentlich älter. Pablito erzählte, dass Nestor endlich ganz in seiner Arbeit mit Don Gennaro aufgehe und dass er seit der Zeit, als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, überhaupt ein völlig anderer Mensch geworden sei. Er wollte aber nicht weiter auf Nestors Arbeit oder seinen Persönlichkeitswandel eingehen und wechselte unvermittelt das Thema. Ich höre, das Nagual hat dich am Kragen, sagte er. Ich war überrascht, dass er dies wusste und fragte ihn, wie er es herausgefunden hatte. Gennaro erzählt mir alles, sagte er. Mir fiel auf, dass er von Don Gennaro nicht mit der gleichen Förmlichkeit sprach wie ich. Er nannte ihn einfach vertraulich Gennaro. Er sagte, Don Gennaro sei wie ein Bruder. Und sie verkehrten unbefangen miteinander, ganz wie in einer Familie. Er bekannte offen, dass er Don Gennaro herzlich lieb hatte. Ich war tief gerührt von seiner einfachen und offenen Art. Während ich mit ihm sprach, erkannte ich, wie sehr Don Juan und ich uns im Temperament glichen. Unsere Beziehung war förmlich und korrekt im Vergleich zu Don Gennaros und Pablitos Verhalten zueinander. Ich fragte Pablitos, warum er sich vor Don Juan fürchtete. Seine Augen flackerten. Es war, als ob der bloße Gedanke an Don Juan ihn zusammenschrecken ließe. Er antwortete nicht. Er musterte mich auf eine irgendwie seltsame Art. Hast du denn keine Angst vor ihm? fragte er. Ich erzählte ihm, dass ich vor Don Gennaro Angst hätte. Und er lachte, als habe er dies nun am allerwenigsten erwartet. Don Juan und Don Gennaro, sagte er, das sei wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Don Gennaro sei der Tag, Don Juan sei die Nacht. Und insofern sei er der furchterregendste Mensch auf Erden. Von der Schilderung seiner Furcht vor Don Juan kam Pablitos dann auf seine eigene Situation als Lehrling zu sprechen. Ich bin in einem ganz elenden Zustand, sagte er. Könntest du sehen, wie es in mir aussieht, dann wäre dir klar, dass ich für einen normalen Menschen zu viel weiß. Und doch, wenn du mich mit dem Nagual säst, dann wäre dir klar, dass ich nicht genug weiß. Er wechselte rasch das Thema und fing an, sich über mein Mitschreiben lustig zu machen. Don Gennaro, sagte er, habe stundenlang Heiterkeitsstürme hervorgerufen, indem er mich imitierte. Auch meinte er, dass Don Gennaro mich trotz meiner Ticks und Schrullen sehr gern habe. Und dass er sich freue, mich als Protegido zu haben. Diesen Ausdruck hörte ich zum ersten Mal. Er entsprach einem anderen Begriff, den Don Juan zu Beginn unserer Verbindung eingeführt hatte. Er hatte mir gesagt, ich sei sein Escogido, sein Erwählter. Das Wort Protegido heißt so viel wie Schützling. Ich befragte Pablito nach seinen Begegnungen mit dem Nagual und er erzählte mir die Geschichte, wie er zum ersten Mal mit ihm zusammengetroffen war. Einmal, sagte er, hatte Don Juan ihm einen Korb geschenkt, den er für eine Freundschaftsgabe angesehen hatte. Er hatte ihn an einen Haken über seiner Zimmertür gehängt. Und da er im Augenblick keine Verwendung dafür wusste, vergaß er ihn für den Rest des Tages. Er war der Meinung gewesen, der Korb sei ein Geschenk der Kraft und müsse deshalb einen ganz besonderen Zweck finden. Am frühen Abend, wie Pablito sagte, war dies auch seine lebensgefährliche Stunde, ging er dann in sein Zimmer, um seine Jacke zu holen. Er war allein im Haus und wollte eben aufbrechen, einen Freund zu besuchen. Im Zimmer war es dunkel. Er griff nach der Jacke und als er die Hand nach der Türklinke ausstreckte, fiel der Korb herab und rollte ihm vor die Füße. Pablito lachte über seinen Schrecken, sobald er sah, dass bloß der Korb von seinem Haken gefallen war. Er bückte sich, um ihn aufzuheben, und nun erlebte er den Schock seines Lebens. Der Korb sprang vor ihm davon und fing an zu wackeln und zu knarren, als ob jemand ihn drücke und presse. Aus der Küche, erzählte Pablito, fiel genügend Licht herein, dass man alles im Zimmer klar erkennen konnte. Eine Weile starrte er den Korb an, obwohl er irgendwie wusste, dass das falsch war. Nun begann der Korb, sich unter tiefen, ächzenden und mühsamen Atemzügen zu verformen. Dann Pablito behauptete, dass er tatsächlich den Korb atmen gesehen und gehört habe und dass er lebendig gewesen sei und ihm im Zimmer herumgehetzt habe, wobei er ihm den Ausgang versperrt habe. Dann blähte der Korb sich auf, alle Bambusstreben lockerten sich, und er verwandelte sich in einen riesigen Ball, der Pablito wie eine Steppenhexe vor die Füße kollerte. Dieser fiel auf den Rücken und der Ball rollte seine Beine herauf. Pablito war inzwischen, wie er sagte, völlig von Sinnen und schrie hysterisch. Der Ball hielt ihn gefangen und wälzte sich weiter über seine Beine herauf, wobei er das Gefühl hatte, überall von Nadeln durchbohrt zu werden. Er versuchte, ihn fortzustoßen, und nun bemerkte er, dass der Ball Don Juans Gesicht war, dessen Mund offen stand, bereit, ihn zu verschlingen. An diesem Punkt konnte er seine Panik nicht mehr meistern und wurde ohnmächtig. Pablito berichtete ganz unbefangen und frei über eine Reihe von furchterweckenden Zusammenkünften, die Mitglieder seiner Familie mit dem Nagual gehabt hätten. So unterhielten wir uns stundenlang. Er schien im gleichen Dilemma zu stecken wie ich, schien sich aber entschieden, geschickter im Bezugssystem der Zauberer zurechtzufinden. Irgendwann aber stand er plötzlich auf und meinte, er habe das Gefühl, Don Juan werde jeden Augenblick auftauchen, und er wolle ihm hier nicht begegnen. In größter Eile machte er sich davon. Es war, als habe ihn irgendetwas aus dem Zimmer gezogen. Ich hatte noch nicht einmal auf Wiedersehen gesagt, weg war er schon. Kurz darauf kamen Don Juan und Don Gennaro nach Hause. Sie lachten. Pablito raste die Straße entlang wie die arme Seele vor dem Leibhaftigen, sagte Don Juan. Ich frage mich, warum bloß? Ich glaube, er bekam es mit der Angst, als er sah, wie Carlito sich die Finger wundschreibt, sagte Don Gennaro und äffte meine Schreibbewegungen nach. Er trat neben mich. Hey, ich habe eine Idee, sagte er bei ihn einflüsternd. Da du so gern schreibst, warum lernst du nicht mit dem Finger, statt mit dem Bleistift zu schreiben? Das wäre doch ein Ding. Don Juan und Don Gennaro setzten sich neben mich und lachten sich kaputt, während sie über die Möglichkeit spekulierten, mit dem Finger zu schreiben. Don Juan machte plötzlich mit ernster Stimme eine seltsame Bemerkung. Kein Zweifel, dass er mit dem Finger schreiben könnte, aber würde er es auch lesen können? Don Gennaro lachte los und meinte dann, ich bin überzeugt, er kann alles lesen. Und dann erzählte er eine sehr merkwürdige Geschichte über einen Bauerntölpel, der in einer Zeit des politischen Umsturzes in hohe Ämter aufgerückt war. Der Held der Geschichte, sagte Don Gennaro, war Minister oder Gouverneur oder sogar Präsident. Man konnte ja nie wissen, was die Leute in ihrer Tollheit anstellten. Aufgrund dieser hohen Ehren kam er zu der Überzeugung, dass er ein bedeutender Mensch sei und er lernte, eine wichtige Rolle zu spielen. Don Gennaro machte eine Pause und schaute mich mit der Miene eines seine Rolle überziehenden Schmierenkomödianten an. Er blinzelte und hob und senkte die Augenbrauen. Der Held der Geschichte, sagte er, war bei öffentlichen Auftritten sehr geschickt und konnte mühelos aus dem Stehgreif eine Rede halten. Doch seine ämtliche Stellung erforderte, dass er seine Reden vom Blatt ablas und der Mann war ein Alphabet. Er ließ sich also etwas einfallen, um alle hereinzulegen. Er besorgte sich ein beschriebenes Blatt Papier und immer, wenn er eine Rede halten musste, fuchtelte er damit herum. Und die anderen Bauerntölpel waren von seiner Überlegenheit und seinen anderen guten Eigenschaften überzeugt. Doch eines Tages kam ein des Lesens kundiger Fremder und merkte, dass unser Held das Blatt verkehrt herumhielt, während er vorgab, seine Rede abzulesen. Er lachte ihn aus und posaunte den Schwindel laut heraus. Wieder machte Don Gennaro eine Pause und sah mich an, kniff die Augen zusammen und fragte, glaubst du, dass unser Held nun ertappt war? Keine Spur. Er schaute ruhig in die Runde und sagte, verkehrt herum, ist's nicht egal, wie ich das Papier halte. Hauptsache ich kann es lesen. Und die anderen Bauerntölpel gaben ihm Recht. Don Juan und Don Gennaro explodierten vor Lachen. Don Gennaro klopfte mir freundlich den Rücken, ganz so, als ob ich der Held der Geschichte gewesen wäre. Ich war verlegen und lachte nervös. Ich arg wöhnte irgendeine versteckte Bedeutung, aber ich getraute mich nicht zu fragen. Don Juan rückte näher an mich heran. Er beugte sich vor und flüsterte mir ins rechte Ohr. Findest du das nicht spaßig? Auch Don Gennaro beugte sich zu mir herüber und flüsterte mir ins linke Ohr. Was hat er gesagt? Ich reagierte ganz automatisch auf beide Fragen und antwortete mit einer unfreiwilligen Synthese. Ja, ich fand, er fragte, es ist spaßig, sagte ich. Offenkundig war ihnen die Wirkung ihres Manövers bewusst. Sie lachten, bis ihnen die Tränen über die Wangen liefen. Don Gennaro war wie immer ausgelassener als Don Juan. Er fiel um und wälzte sich ein paar Meter von mir entfernt auf dem Rücken. Dann lag er auf dem Bauch, streckte Arme und Beine aus und wirbelte über den Boden, als ob er auf Rollen läge. So kreiselte er umher, bis er in meine Nähe kam und sein Fuß, den meinen, streifte. Dann setzte er sich auf und grinste töricht. Don Juan hielt sich den Leib. Anscheinend hatte er Bauchweh verlachen. Nach einer Weile beugten sich beide wieder vor und flüsterten mir unablässig in die Ohren. Ich versuchte mir die Reihenfolge ihrer Sprüche zu merken, aber nach einer vergeblichen Anstrengung gab ich es auf. Es waren zu viele. Sie flüsterten mir in die Ohren, bis ich wieder das Gefühl hatte, zwiegespalten zu sein. Wie am Tag zuvor verwandelte ich mich wieder in einen Nebel, ein gelbliches Leuchten, das alles ganz unmittelbar empfand. Das heißt, ich wusste alles, was vorging. Dabei spielten keine Gedanken mit. Es gab nur Gewissheiten. Und als ich mit einem weichen, schwammigen, elastischen Gefühl in Kontakt geriet, das ich außerhalb von mir befand und doch ein Teil von mir war, wusste ich, dass es ein Baum war. Ich fühlte an seinem Duft, dass es ein Baum sein musste. Es roch nicht wie ein bestimmter Baum, an den ich mich erinnert hätte. Und doch wusste irgendetwas in mir, dass dieser besondere Duft das Wesen von Baum war. Ich hatte nicht einfach das Gefühl, dass ich wusste, auch kontrollierte ich weder mein Wissen mit der Vernunft, noch kümmerte ich mich viel um äußere Merkmale. Ich wusste einfach, dass da irgendetwas in Kontakt mit mir war, mich überall umgab, ein freundlicher, warmer, zwingender Geruch, der von etwas ausging, das weder fest noch flüssig, sondern ein undefinierbares anderes Etwas war, von dem ich wusste, dass es ein Baum war. Indem ich in dieser Form darum wusste, meinte ich, sein Wesen zu erfassen. Ich fühlte mich nicht von ihm abgestoßen, vielmehr lud er mich ein, mit ihm zu verschmelzen. Ich sank in ihn ein, oder er sank in mich ein. Zwischen uns bestand eine Verbindung, die weder besonders erquicklich noch unangenehm war. Die nächste Empfindung, an die ich mich klar erinnern konnte, war ein überwältigendes Gefühl des Staunens und Frohlockens. Alles an mir vibrierte. Es war, als ob Stromstöße durch mich hindurch gingen. Sie waren nicht schmerzhaft. Sie waren angenehm, aber auf so unbestimmte Weise, dass es mir unmöglich war, sie genauer zu definieren. Ich wusste jedoch, dass ich mit dem Boden in Kontakt war, wie dieser auch immer beschaffen sein mochte. Ein Teil von mir erkannte mit prägnanter Klarheit, dass es der Boden war. Aber in dem Augenblick, als ich versuchte, die Unendlichkeit der unmittelbaren Wahrnehmungen, die ich hatte, kritisch zu durchdringen, verlor ich alle Fähigkeit, meine Wahrnehmungen zu unterscheiden. Dann war ich auf einmal wieder ich selbst. Ich dachte, es war ein so unvermittelter Übergang, dass ich glaubte, aufgewacht zu sein. Und doch war da irgendetwas an meinen Empfindungen, das nicht ganz ich selbst war. Noch bevor ich die Augen aufschlug, wusste ich, dass eigentlich etwas fehlte. Ich war immer noch in einem Traum oder in einer Vision befangen. Meine Denkprozesse aber waren nicht nur unbeeinträchtigt, sondern ungewöhnlich klar. Rasch orientierte ich mich. Ich zweifelte nicht daran, dass Don Juan und Don Gennaro meinen traumartigen Zustand zu einem bestimmten Zweck ausgelöst hatten. Ich glaubte schon zu verstehen, welch ein Zweck damit verbunden war, als etwas mir Fremdes mich zwang, meine Aufmerksamkeit auf meine Umgebung zu richten. Ich brauchte lange, bis ich wusste, wo ich war. Tatsächlich, ich lag auf dem Bauch, und zwar auf einem ganz sonderbaren Fußboden. Als ich ihn näher untersuchte, konnte ich mir ein Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens nicht versagen. Ich begriff nicht, woraus er gemacht war. Unregelmäßige Platten von irgendeiner unbekannten Substanz waren höchst kunstvoll und doch einfach zusammengesetzt. Sie waren zwar zusammengefügt, aber nicht am Boden oder aneinander befestigt. Sie waren elastisch und gaben nach, und ich versuchte, sie mit dem Finger auseinanderzuschieben. Aber sobald ich losließ, schnellten sie wieder in ihre Ausgangslage zurück. Ich versuchte aufzustehen, unterlag aber der befremdlichsten Störung meiner Sinne. Ich hatte keinerlei Kontrolle über meinen Körper. Tatsächlich schien mein Körper nicht einmal zu mir zu gehören. Er war schlaff, und ich hatte zu keinem seiner Teile eine Verbindung. Und als ich aufzustehen versuchte, konnte ich die Arme nicht bewegen und plumpste hilflos auf den Bauch, wobei ich zur Seite rollte. Der Schwung des Sturzes ließ mich beinahe eine komplette Drehung vollführen und wieder auf dem Bauch landen. Aber meine ausgestreckten Arme und Beine bremsten die Drehung, und ich kam auf dem Rücken zu liegen. In dieser Position fiel mein Blick auf zwei seltsam geformte Beine und die formlosesten Füße, die ich je gesehen hatte. Das war mein Körper. Ich war anscheinend in eine Decke gehüllt. Mir kam der Gedanke in den Sinn, dass ich mich vielleicht selbst in einer Szene als Krüppel oder Invalide erlebte. Ich versuchte, mich aufzurichten und meine Beine anzuschauen, aber mein Körper ruckte nur matt. Ich schaute direkt in einen gelben Himmel, einem tiefen, strahlend, zitronengelben Himmel. Er wies Rillen oder Vertiefungen von dunklerem Gelb auf und eine Unzahl von Ausbuchtungen, die wie Wassertropfen herabhingen. Die Gesamtwirkungen dieses unglaublichen Himmels war atemberaubend. Ich konnte nicht feststellen, ob jene Ausbuchtungen Wolken waren. Als ich meinen Kopf hin und her drehte, entdeckte ich auch Schatten und Flecken in anderen Gelbtönen. Dann zog etwas anderes meine Aufmerksamkeit an, eine Sonne, genau am Zenit des gelben Himmels, direkt über meinem Kopf, eine milde Sonne, nach der Tatsache zu urteilen, dass ich sie anstarren konnte, die ein sanftes, gleichförmiges, weisliches Licht ausstrahlte. Noch bevor ich Zeit fand, über all diese unirdischen Bilder nachzudenken, wurde ich heftig geschüttelt. Mein Kopf ruckte und schaukelte hin und her. Ich wurde hochgehoben. Ich hörte eine schrille Stimme und Kichern. Und ich war mit dem erstaunlichsten Anblick konfrontiert, einer gigantischen, barfüßigen Frau. Ihr Gesicht war rund und riesig, ihr Haar war zu einem Pagenkopf geschnitten, ihre Arme und Beine waren monströs. Sie hob mich auf und legte mich über ihre Schulter, als wäre ich eine Puppe. Mein Körper hing schlaff herab. Ich schaute ihren kräftigen Rücken hinab. Um die Schultern und am Rückgrat entlang hatte sie einen feinen Pflaum. Als ich über ihre Schultern hinabschaute, sah ich wieder den wundervollen Boden. Ich hörte, wie er unter ihrem gewaltigen Gewicht elastisch nachgab und ich sah die Fußabdrücke, die sie auf ihm hinterließ. Vor einem Gebilde, einer Art Bauwerk, legte sie mich auf den Bauch. Erst jetzt bemerkte ich, dass mit meiner tiefen Wahrnehmung etwas nicht stimmte. Ich konnte die Größe des Gebäudes nicht abschätzen. Einen Moment schien es lächerlich klein zu sein, aber dann wieder, nachdem ich anscheinend meinen Blick angepasst hatte, musste ich mich über seine monumentalen Ausmaße wundern. Das gigantische Mädchen setzte sich neben mich und ließ den Fußboden knarren. Ich berührte ihr riesiges Knie. Sie roch nach Bonbons oder Erdbeeren. Sie sprach mit mir und ich verstand alles, was sie sagte. Sie zeigte auf das Bauwerk und sagte mir, hier wohne ich. Als ich den Schock, mich hier zu befinden, allmählich überwunden hatte, schien sich auch meine Beobachtungsfähigkeit wieder zu bessern. Jetzt bemerkte ich, dass das Bauwerk vier großartige, aber funktionslose Säulen hatte. Sie hatten nichts zu tragen. Sie befanden sich auf dem Dach des Gebäudes. Ihre Form war die Schlichtheit selbst. Es waren lange, zierliche Gebilde, die sich in jenem furchterregenden, unglaublichen gelben Himmel zu verlieren schienen. Diese nutzlosen Säulen erschienen mir als die reine Schönheit. Ich hatte einen Anfall von ästhetischem Überschwang. Die Säulen schienen aus einem Stück gemacht, wie, das konnte ich mir nicht vorstellen. Die beiden vorderen Säulen waren durch einen dünnen Balken miteinander verbunden, eine riesige, lange Latte, die vielleicht als Geländer oder als Balustrade diente. Das gigantische Mädchen schob mich auf dem Rücken in das Bauwerk hinein. Die Decke war schwarz und niedrig und sie war von symmetrisch angeordneten Löchern übersät, die den gelblichen Glanz des Himmels hereinscheinen ließen und die erstaunlichsten Muster bildeten. Ich war wirklich ergriffen von der Schlichtheit und Schönheit dieses Bildes. Diese Flecken gelben Himmels, die durch die exakt verteilten Löcher in die Decke hereinstrahlten und die Schattenmuster, die sie auf diesem wundervollen, geheimnisvollen Boden erzeugten. Das ganze Gebilde war quadratisch und abgesehen von seiner prägnanten Schönheit war es für mich unbegreiflich. Meine Beglückung war so heftig, dass ich weinen oder für immer hierbleiben wollte. Aber irgendeine Kraft oder Spannung oder sonst etwas undefinierbares zog an meinen Beinen und plötzlich befand ich mich außerhalb des Bauwerks, immer noch auf dem Rücken liegend. Das gigantische Mädchen war da, aber bei ihr war noch ein anderes Wesen, eine Frau, die so groß war, dass sie bis in den Himmel reichte und die Sonne verdunkelte. Verglichen mit ihr war das gigantische Mädchen nur eine Zwergin. Die große Frau war böse. Sie packte das Bauwerk an einer seiner Säulen, hob es auf, drehte es um und stellte es auf den Boden. Es war ein Schemel. Diese Erkenntnis wirkte wie ein Katalysator auf mich. Sie löste einige überraschende Erkenntnisse aus. Ich durchlief eine Reihe von Bildern, die zwar nicht zusammenhingen, aber als Sequenz aufgefasst werden konnten. Schlag auf Schlag erkannte ich, dass der wundervolle, unbegreifliche Boden eine Strohmatte war. Der gelbe Himmel war die Stuckdecke eines Zimmers. Die Sonne war eine Glühbirne. Das Bauwerk, das einen solchen Begeisterungstarmel bei mir ausgelöst hatte, war ein Stuhl, den ein Kind auf den Kopf gestellt hatte, um Häuschen zu spielen. Noch einmal hatte ich eine zusammenhängende Vision einer mysteriösen, architektonischen Struktur von gewaltigen Proportionen. Sie stand allein im Raum. Sie sah beinahe aus wie die spitze Muschel einer Schnecke mit aufgerichtetem Schwanz. Die Wände bestanden aus konkaven und konvexen Platten aus irgendeinem seltsamen, purpurnen Material. Jede Platte hatte Rillen, die wohl eher einem funktionalen als ornamentalen Zweck dienten. Ich untersuchte das Gebilde genau an den allen Einzelheiten und stellte fest, dass es, genau wie das Bauwerk vorhin, durchaus unbegreiflich war. Ich erwartete, dass meine Wahrnehmung sich anpassen und das wahre Wesen des Gebildes sich enthüllen würde, aber nichts dergleichen geschah. Dann hatte ich eine bunte Reihe von fremdartigen, komplizierten Erkenntnissen oder Feststellungen zu dem Gebilde und zu seiner Funktion, die aber keinen Sinn ergaben, weil ich sie nicht in einen Bezugsrahmen einordnen konnte. Plötzlich erlangte ich wieder mein normales Bewusstsein. Don Juan und Don Gennaro standen neben mir. Ich war müde. Ich suchte nach meiner Uhr. Sie war weg. Don Juan und Don Gennaro lachten unbeschwert. Don Juan meinte, ich solle mich nicht um die Uhrzeit kümmern und mich lieber darauf konzentrieren, gewisse Ermahnungen zu befolgen, die Don Gennaro mir gegeben hatte. Ich wandte mich an Don Gennaro, aber er machte nur einen Witz. Er sagte, die wichtigste Ermahnung sei, dass ich lernen müsse, mit dem Finger zu schreiben, um Bleistifte zu sparen und um angeben zu können. Eine Weile hänselten sie mich noch wegen meiner Aufzeichnungen und dann schlief ich ein. Don Juan und Don Gennaro hörten sich den ausführlichen Bericht meiner Erlebnisse an, den ich ihnen am nächsten Morgen auf Don Juans Aufforderung hingab. Gennaro meint, dass du für diesmal genug hast, sagte Don Juan, nachdem ich geendet hatte. Don Gennaro nickte zustimmend. Welche Bedeutung hatte das, was ich gestern Abend erlebt habe, fragte ich. Du hast einen Blick auf den Kern der Zauberei geworfen, sagte Don Juan. Gestern Abend durftest du die Ganzheit deines Selbst erspähen. Aber im Augenblick ist dies für dich natürlich eine ganz sinnlose Feststellung. Das Erreichen der Ganzheit des Selbst ist offenbar nicht eine Frage des Wunsches nach Einsicht oder der Bereitschaft zu lernen. Gennaro glaubt, dass dein Körper Zeit braucht, um das Flüstern des Nagual in dich einsinken zu lassen. Wieder nickte Don Gennaro. Viel Zeit, sagte er und wackelte mit dem Kopf. Vielleicht 20 oder 30 Jahre? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich schaute Don Juan an und erwartete ein Stichwort. Beide zogen ein ernstes Gesicht. Habe ich wirklich noch 20 oder 30 Jahre Zeit? Fragte ich. Natürlich nicht, schrie Don Gennaro und die beiden brachen in schallendes Gelächter aus. Don Juan sagte, ich solle wiederkommen, sobald meine innere Stimme es mir befehlen werde. Und in der Zwischenzeit solle ich versuchen, mich auf all die Empfehlungen zu besinnen, die sie mir gegeben hatten, während ich gespalten war. Wie soll ich das anstellen? Fragte ich. Indem du deinen inneren Dialog abstellst und irgendetwas in dir herausfließen und sich ausdehnen lässt, sagte Don Juan. Dieses Etwas ist deine Wahrnehmung, aber versuche nicht herauszufinden, was ich damit meine. Lass dich einfach vom Flüstern des Nagual leiten. Dann sagte er, ich hätte am Abend zuvor zwei grundverschiedene Arten von Visionen gehabt. Die eine sei unerklärlich, die andere vollkommen klar und die Reihenfolge, in der sie aufgetreten seien, deute auf eine Bedingung hin, die uns allen Wesens eigen sei. Die eine Vision war das Nagual, die andere das Tonal, fügte Don Gennaro hinzu. Ich bat ihn um weitere Erklärung, sah mich an und klopfte mich auf den Rücken. Don Juan sprang ein und meinte, die ersten beiden Visionen seien das Nagual gewesen und Don Gennaro habe einen Baum und den Fussboden zur Verdeutlichung gewählt. Die anderen beiden seien Visionen des Tonal gewesen, die er selbst ausgewählt habe. Eine davon sei meine Wahrnehmung als Kind. Sie erschien dir als eine fremde Welt, weil deine Wahrnehmung damals noch nicht darauf abgerichtet war, sich der gewünschten Form einzufügen, sagte er. War dies wirklich die Art, wie ich die Welt sah, fragte ich. Gewiss, sagte er, das war deine Erinnerung. Ich fragte Don Juan, ob jener ästhetische Überschwang, der mich erfasst hatte, ebenfalls Teil meiner Erinnerung gewesen sei. Wir erleben solche Visionen mit unseren heutigen Augen, sagte er. Du hast diese Szene gesehen, wie du sie heute sehen würdest. Doch es war nur eine Wahrnehmungsübung. Diese Szene entstammte einer Zeit, als die Welt für dich zu dem wurde, was sie heute ist. Aus einer Zeit, als ein Schemel zu einem Schemel wurde. Auf die andere Szene wollte er nicht näher eingehen. Das war keine Erinnerung aus meiner Kindheit, sagte ich. Ganz richtig, sagte er. Es war etwas anderes. Weiß etwas, was ich in Zukunft sehen werde, fragte ich. Es gibt keine Zukunft, rief er scharf. Die Zukunft, das ist nur eine bildliche Redeweise. Für einen Zauberer gibt es nur das Hier und Jetzt. Ansonsten gab es im Grunde nichts darüber zu sagen, meinte er. Denn der Zweck dieser Übung sei gewesen, die Flügel meiner Wahrnehmung zu entfalten. Und obwohl ich nicht mit Hilfe dieser Flügel geflogen sei, hätte ich doch die vier Punkte berührt, die aus dem Blickwinkel meiner alltäglichen Wahrnehmung für mich unerreichbar gewesen seien. Ich fing an, meine Sachen zu packen, um bald aufzubrechen. Don Gennaro half mir, mein Notizbuch verstauen. Er legte es zuunterst in meine Tasche. Da wird es warm und gemütlich haben, sagte er augenzwinkernd. Du kannst beruhigt sein. Es wird sich keinen Schnupfen holen. Dann aber schien Don Juan es sich mit der Abreise anders zu überlegen und fing an, über mein Erlebnis zu sprechen. Ganz automatisch versuchte ich, Don Gennaro meine Aktentasche aus der Hand zu reißen, aber er ließ sie fallen, bevor ich sie berührt hatte. Don Juan wandte mir, während er sprach, den Rücken zu. Ich schnappte mir die Tasche und suchte hastig nach meinem Notizbuch. Don Gennaro hatte es wirklich so gut verstaut, dass ich es kaum zu fassen kriegte. Schließlich zog ich es hervor und fing an, mitzuschreiben. Don Juan und Don Gennaro starrten mich an. Du bist miserabel in Form, sagte Don Juan lachend. Du klammerst dich an dein Notizbuch wie ein Säufer an die Flasche. Wie eine liebende Mutter an ihr Kind, japste Don Gennaro. Wie ein Priester an das Kruzifix, steuerte Don Juan bei. Wie eine Frau an ihr Höschen, schrie Don Gennaro. Und so fielen ihnen ein Vergleich um den anderen ein, während sie mich unter schallendem Gelächter zu meinem Auto geleiteten. Je aparece mit dem Schritt die Flasche. Amen.